Die schönsten Ferien, Mia und Amelie. Aufstehen. Steh auf, du schlaffn willst du? Okay. Ich muss auf die Toilette. Hallo Frau Lehrerin. 4 Stunden später. Ihr habt heute genug gearbeitet. Tschüss, bis bald. Hi Papa, aufstehen. Wir wollten doch noch in die Ferien fahren. Hallo Kinder. Eschen. Ich stelle den Pool auf, danach könnte ich da baden gehen.